Meine Oma arbeitet für das FBI. Da ist alles sehr geheim. Jetzt nennen wir sie nur noch Top-Sigrid. Alter, war der schlecht, Digga. Bitte einmal ein Mitleids-Hahaha in den Chat für den Joke, Bruder. Ich danke dir trotzdem für den Zehner, aber der Joke, Digga, der war wirklich, der war wirklich nicht gut, Digga. Du bist eine 9 von 10, mit mir wärst du eine 10 von 10. Ja, danke für den 5er. Geht ein Cowboy zum Friseur. Kommt er raus, ist sein Pony weg. Digga, bp-bam-bam mit noch einem sehr lustigen Joke. Da doch mal ein bisschen ein Hahaha in den Chat. Vielleicht auch noch 3 Punkte dahinter, Digga. Bam-bam, Bruder, ich würde dir empfehlen, starte doch einfach eine Karriere als Komiker, Bruder. Das hat für mich schon Mario Barth-Level. Sehr, sehr nicer Joke auch nochmal an der Stelle. Baum und ruft, aha, ein Uhu mit Sprachfehler. Loll. Wollen sich zwei Zitronen treffen, kommt die eine nicht, wird die andere sauer. Danke für den 5er. Dann sieht man Ameisen nie in Kirchen, weil sie Insekten sind. Digga, was ist... Jungs ist eine komische Sache. Manchmal dauert es keine 2 Minuten und das andere Mal geht es viel schneller. Junge, was ist mit euch? Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Hä? Hä? Warum glauben chinesische Kinder nicht an den Weihnachtsmann? Weil sie die Spielzeuge herstellen. Digga, Digga. Äh, davon distanzieren wir uns hier alle. Und das war auch nicht lustig. Okay? Das war ein sehr makaberer Joke, der nicht lustig war. Ich distanziere mich von diesem Humor und Joke. Okay? Schwarzer Humor ist wie Essen, hat nicht jeder. Liebes Twitch-Team, ich distanziere mich hiermit auch deutlich und ernsthaft von diesem schlechten Joke, Digga. Okay? Es wird nicht wieder vorkommen. Das war... Um beim ersten Date das Eis zu brechen, mache ich es wie Scrat von Ice Age. Einfach mal die Eichel reinrammen. Reicht. Es reicht.